Hi, ich bin Charlie von der Sportcheck Berg- und Skischule und wir schauen uns heute gemeinsam an, wie du die optimalen Wander- und Trackingstöcke findest. Ich wurde schon oft gefragt, ob man Stöcke beim Wandern überhaupt braucht. Meine Antwort, unbedingt. Denn sie erhöhen vor allem auf längeren Wanderungen maßgeblich den Komfort, da sie für eine aufrechtere Haltung sorgen. Außerdem verteilen sie das Gewicht auf vier Punkte. Ohne Stöcke hast du ja nur zwei Kontaktpunkte zum Boden. Das entlastet den gesamten Bewegungsapparat, die Muskeln, Gelenke und die Wirbelsäule. Die zusätzlichen Bodenkontakte steigern zudem deine Sicherheit am Berg, vor allem beim Abstieg durch unwegsames Gelände. Lass uns gemeinsam schauen, worauf du beim Kauf deiner neuen Wanderstöcke achten solltest. Kommen wir erst einmal zu den zwei wesentlichen Konstruktionsarten. Du kannst in der Regel zwischen einem Fallstock und einem Teleskopstock wählen. Ein Fallstock punktet durch sein kleines Packmaß und sein geringes Gewicht. Ein Teleskopstock hingegen verspricht ein einfaches Handling. Außerdem hast du hier mehr Verstellmöglichkeiten für deine individuellen Ansprüche. Ich würde sagen, diese Stöcke eignen sich perfekt für Einsteiger und leichtere Touren. Zudem solltest du bei der Wahl deiner Stöcke auch auf Material und Gewicht achten. Stöcke aus Aluminium sind leicht, haltbar und sehr widerstandsfähig. Außerdem haben sie ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Daher sind Aluminiumstöcke weit verbreitet. Es gibt neben Aluminium auch Carbon. Die sind deutlich leichter und eher im höherpreisigen Segment zu finden. Lass uns zu guter Letzt noch auf den Griff und die Griffschlafe schauen. Der Griff verbindet deine Hand mit dem Stock und ist somit ein essentieller Bestandteil, der im wahrsten Sinne des Wortes gut in der Hand liegen muss. Das ist vor allem bei längeren Touren ein entscheidender Komfortfaktor. Die Griffe werden meistens aus Gummi, Kunststoff oder Kork hergestellt. Kork absorbiert Schweiß und liegt angenehmer in der Hand, ist aber im Vergleich etwas schwerer. Der Griff sollte in jedem Fall ergonomisch geformt sein. Also probiere ruhig ein paar Modelle aus und entscheide dann, welches sich in deiner Hand richtig anfühlt. Übrigens, bei vielen Stöcken, gerade im Bergsportsegment, ist der Griffbereich weiter nach unten gezogen. Das ermöglicht es dir, die Griffposition je nach Gelände anzupassen. Wie du deine Stöcke richtig einsetzt, mehr über die verschiedenen Grifftechnologien und weitere Tipps, findest du auf dem Sportcheck-Blog. Schau doch mal vorbei. Ich hoffe, ich konnte dir dabei helfen, den richtigen Stock für dich zu finden. Viel Spaß in den Bergen.